So, wir haben heute wieder schönes Wetter, richtig schönes Sonntagswetter. Jeff hat seinen Ball, der ist glücklich und wir laufen jetzt eine Runde. Da hinten geht es lang, da sieht man es, und dann rechts und dann geht es alles in den Wald rein. Das Gute ist, wenn er seinen Ball im Maul hat, dann rennt er keinen Füchsen oder sonst noch was hinterher. Er riecht zwar, aber er guckt auch, wenn irgendwas rumspringt oder so guckt er auch, aber er rennt nicht hinterher, solange er seinen Ball hat. Wenn er seinen Ball nicht dabei hätte, könnte ich hier jetzt nicht filmen, weil da muss ich immer schauen, was er macht. Geh, Jeff. Was hat er da im Ball? Ja, der liegt da vorne. Komm. Wee. Ja, der liegt da vorne. Da liegt da vorne. Ja, der liegt da vorne. Das ist schlimmsten.